1979 veröffentlicht die britische Kultband Pink Floyd ihren Welthit Another Brick in the Wall. Von dem Song der autoritäre Schulpolitik kritisiert wurden weltweit fast 4 Millionen Singles verkauft. 1993 verkündet der Medienmogul und steinreicher italienische Großunternehmer Silvio Berlusconi seinen Einstieg in die Politik. Trotz zahlreicher Skandale schaffte es Berlusconi viermal auf den Posten des italienischen Ministerpräsidenten. Und das geschah in Österreich. Bei der Nationalratswahl am 23. November 1986 holt die SPÖ mit Spitzenkandidat Franz Franitzki 43,1% der Stimmen und damit den ersten Platz. Dicht dahinter folgt die ÖVP von Alois Mock. Während die beiden Großparteien kleinere Verluste verzeichnen, gelingt es der FPÖ, die erstmals mit Jörg Haider antritt, die Stimmen auf rund 9% zu verdoppeln. Zudem schafft die grüne Alternative mit Freda Meissner-Blau erstmals den Einzug in den Nationalrat. Der erste Wahlsieg Franitzkis fällt in eine Zeit großer politischer Instabilität. Nur wenige Monate zuvor, im Juni 1986, war Kurt Waldheim trotz seiner nationalsozialistischen Vergangenheit zum Bundespräsidenten gewählt worden. Der damals amtierende Kanzler Fred Sinovac von der SPÖ trat daraufhin zurück und empfahl Franitzki als seinen Nachfolger. Die Koalition mit der FPÖ wurde zunächst fortgesetzt. Mitte September 1986 kommt es allerdings zum Wechsel an der blauen Parteispitze. Jörg Haider wird zum neuen Parteiobmann der FPÖ gewählt und ersetzt den als liberal geltenden Norbert Stieger. Doch Haider ist Franitzki zu radikal. Er beendet die Koalition und kündigt Neuwahlen an. Nach der Nationalratswahl 1986 geht die FPÖ in Opposition. Es folgt eine große Koalition aus SPÖ und ÖVP. Franitzki muss als Kanzler viele Aufgaben übernehmen, die eigentlich dem Bundespräsidenten obliegen. Denn Waldheim wird international weitgehend geächtet. Österreich kämpft gegen die internationale Isolierung. Franitzki ist viel im Ausland unterwegs, diskutiert mit Staatsoberhäuptern und erreicht schließlich eine Normalisierung des Verhältnisses zu den USA und Israel. Innenpolitisch distanziert sich Franitzki von der FPÖ und dem politisch rechten Rand. In einer Nationalratsrede bekennt er 1991 sogar die Mitschuld Österreichs an den Verbrechen der NS-Zeit. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion intensiviert der SPÖ-Kanzler die Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten. Darüber hinaus setzt sich Franitzki zusammen mit Alois Mock vehement für einen Beitritt Österreichs zur Europäischen Union ein. Unter seiner Kanzlerschaft wird Österreich 1995 schließlich EU-Mitglied. Bis 1997 bleibt er in einfachen Verhältnissen aufgewachsene Franitzki, österreichischer Bundeskanzler und Bundesparteivorsitzender der SPÖ. Seine Nachfolge tritt Viktor Klima an.